Die Not im Überfluss Also, wohin? fragte der Fahrer, als Momo sich wieder zu ihm in Gigi's langes, elegantes Auto setzte. Das Mädchen starrte verstört vor sich hin. Was sollte sie ihm sagen? Wohin wollte sie denn eigentlich? Sie musste Cassiopeia suchen, aber wo? Wo und wann hatte sie sie denn verloren? Bei der ganzen Fahrt mit Gigi war sie schon nicht mehr dabei gewesen, das wusste Momo ganz sicher. Also vor Gigi's Haus. Und nun fiel ihr auch ein, dass auf ihrem Rückenpanzer Lebewohl und Ich-Geh-Dich-Suchen gestanden hatte. Natürlich hatte Cassiopeia vorher gewusst, dass sie sich verlieren würden. Und nun ging sie also Momo suchen. Aber wo sollte Momo Cassiopeia suchen? Na, wird's bald, sagte der Chauffeur und trommelte mit den Fingern auf dem Lenkrad. Ich hab noch was anderes zu tun, als dich spazieren zu fahren. Zu Gigi's Haus, bitte. Der Fahrer blickte etwas überrascht rein. Ich denke, sollte ich zu dir nach Hause bringen. Oder wirst du jetzt etwa bei uns wohnen? Nein, ich hab was auf der Straße verloren. Das muss ich jetzt suchen. Dem Fahrer war es recht, denn dorthin musste er ja auch. Als sie vor Gigi's Villa ankamen, stieg Momo aus und begann sofort alles ringsum abzusuchen. Cassiopeia, rief sie immer wieder leise. Cassiopeia. Was suchst du denn eigentlich? fragte der Fahrer. Meister Horas Schildkröte. Sie heißt Cassiopeia und weiß immer eine halbe Stunde die Zukunft voraus. Sie schreibt nämlich Buchstaben auf ihrem Rückenpanzer. Ich muss sie unbedingt wiederfinden. Hilfst du mir bitte? Ich hab keine Zeit für dumme Witze. Momo suchte also allein. Sie suchte die ganze Straße ab, aber keine Cassiopeia war zu sehen. Vielleicht, dachte Momo, hat sie sich schon auf den Heimweg zum Amphitheater gemacht. Momo ging also den gleichen Weg, den sie gekommen war, langsam zurück. Dabei spähte sie in jede Mauerecke und suchte in jedem Straßengraben. Immer wieder rief sie den Namen der Schildkröte. Aber vergebens. Tief in der Nacht erst kam Momo im alten Amphitheater an. Auch hier suchte sie sorgfältig alles ab, soweit es in der Dunkelheit möglich war. Sie hegte die zaghafte Hoffnung, dass die Schildkröte durch ein Wunder schon vor ihr nach Hause gekommen wäre. Aber das war ja natürlich gar nicht möglich, so langsam wie sie war. Momo kroch in ihr Bett und nun war sie wirklich zum ersten Mal ganz allein. Die nächsten Wochen verbrachte Momo damit, ziellos in der großen Stadt umherzuehren und Beppo Straßenkehrer zu suchen. Da niemand ihr etwas über seinen Verbleib sagen konnte, blieb er nur die verzweifelte Hoffnung, ihre Wege würden sich durch Zufall kreuzen. Aber in dieser riesengroßen Stadt war die Möglichkeit, dass zwei Menschen sich zufällig begegneten, so verschwindend gering wie die, dass eine Flaschenpost, die ein Schiffbrüchiger irgendwo im weiten Ozean in die Wellen wirft, von einem Fischerboot an einer fernen Küste aufgefischt wird. Und doch, so sagte sich Momo, waren sie sich vielleicht ganz nah. Wer weiß, wie oft es geschah, dass sie just an einer Stelle vorüberkam, wo Beppo erst vor einer Stunde, einer Minute, ja vielleicht erst vor einem kurzen Augenblick gewesen war. Oder umgekehrt, wie oft mochte Beppo wohl kurz oder lang nach ihr über diesen Platz oder an diese Straßenecke kommen. Momo wartete deshalb oft an einer Stelle viele Stunden. Aber schließlich musste sie doch irgendwann weitergehen, und so war es wieder möglich, dass sie sich nur um ein Weniges verfehlten. Wie gut hätte sie jetzt Cassiopeia brauchen können. Wenn sie noch bei ihr gewesen wäre, sie hätte ihr geraten, warte oder geh weiter, aber so wusste Momo nie, was sie tun sollte. Sie musste fürchten, Beppo zu verfehlen, weil sie wartete, und sie musste fürchten, ihn zu verfehlen, weil sie es nicht tat. Auch nach den Kindern, die früher immer zu ihr gekommen waren, hielt sie Ausschau, aber sie sah niemals eines. Sie sah überhaupt keine Kinder mehr auf den Straßen. Und sie erinnerte sich an Ninos Worte, das für die Kinder jetzt gesorgt sei. Dass Momo selbst niemals von einem Polizisten oder einem Erwachsenen aufgegriffen und in ein Kinderdepot gebracht wurde, lag an der heimlichen, unablässigen Überwachung durch die grauen Herren. Denn das hätte ja nicht in die Pläne gepasst, die sie mit Momo hatten. Aber davon wusste Momo nichts. Jeden Tag ging sie einmal zu Nino zum Essen. Aber mehr als bei ihrer ersten Begegnung konnte sie nie mit ihm reden. Nino war immer in der gleichen Eile und hatte niemals Zeit. « Untertitelung des ZDF für funk, 2017 »